Die Top 5 gelben Sackhalter, Müllständer im Vergleich Ich bin sehr zufrieden mit dem Gieß Müllsackständer. Er ist aus Kunststoff, leicht und einfach zu handhaben. Die gelbe Farbe ist nicht nur schön anzusehen, sondern macht es auch einfach, ihn schnell zu finden. Mit einem Durchmesser von 40 cm und einer Höhe von 76 cm ist er groß genug für die meisten Müllsäcke und hält sie sicher an Ort und Stelle. Ich finde ihn ideal für die Küche, da er nicht viel Platz einnimmt und durch seine Bauart auch den Müllsack vor Geruchsbildung schützt. Insgesamt eine klare Kaufempfehlung Ich habe den Gieß Müllsackständer gekauft und bin wirklich zufrieden damit. Der Ständer ist aus robustem Kunststoff hergestellt und lässt sich sehr einfach aufbauen. Der gelbe Farbton ist sehr ansprechend und fügt sich perfekt in meine Küche ein. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass der Ständer BPA-frei und made in Germany ist. Die Größe von 41 x 12,5 cm ist ideal für Müllsäcke und der Ständer steht stabil und sicher auf dem Boden. Insgesamt ein tolles Produkt, das ich jedem empfehlen kann. Ich bin sehr zufrieden mit dem Roto-Fabon Müllsackständer. Der gelbe Sack mit Deckel eignet sich perfekt für unsere Küche und unser Recycling-System. Der Kunststoff, PP Recycled, fühlt sich sehr robust an und ich bin mir sicher, dass er uns noch lange dienen wird. Der Ständer selbst hat eine angenehme Höhe von 40 cm und ist einfach zu montieren. Besonders praktisch finde ich den Deckel, der den Geruch im Müllsack einschließt. Insgesamt ein tolles Produkt für jeden Haushalt. Ich habe den Küfer BSC 660 L Müllsackständer in gelb gekauft und bin wirklich beeindruckt von seiner Qualität. Der Ständer ist stabil und einfach zu montieren. Der gelbe Farbton ist auch sehr praktisch, da er leicht zu erkennen ist und somit das Recyceln erleichtert. Der Ständer bietet genug Platz für große Müllsäcke und hält sie sicher an ihrem Platz. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde den Küfer BSC 660 L Müllsackständer jedem empfehlen, der nach einer praktischen und langlebigen Lösung für seine Müllentsorgung sucht. Ich habe den BICDIN Müllsackständer EasyFix in gelb mit einem Fassungsvermögen von 120 Litern gekauft und bin begeistert. Die Montage war sehr einfach und das Gitter am Boden des Ständers hält den Müllsack sicher an Ort und Stelle. Der Metallrahmen ist robust und hält auch schwerere Müllbeutel problemlos aus. Der gelbe Sackständer fügt sich zudem optisch gut in meine Küche ein. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Produkt und kann es nur weiterempfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.